Herzlich Willkommen zu einer Folge Unturned mit JackFlyshabber, Cocaine und Minias. Wir sind in einer sehr verzwickten Situation. Ah, Polizeiauto! Ja. Ich wollt's sagen. Ey, da sind zwei Leute drin. Da sind zwei Autos! Fuck! Die holen mich doch hier! Ne, ne. Wenn die mich gleich sehen, wir überfahren die mich. Okay. Jetzt wird's spart... Oh, hier sind ja ganz viele Foundations, Leute. Die hab ich gerade gesetzt. Gerade? Okay, geil. Wir fahren auf den Berg. Ihr müsst verteilen, irgendwie. Deid euch. Deid euch. Deid euch. Ist das ein bisschen hier... Cocaine? Hast du zufällig Kisten gebaut? Ne, ne? Ich hab zwei Kisten da hinten stehen. Wo denn? Da, wo das Auto brennt. Oh, shit. Das ist ein bisschen weit. Wie baut man die nochmal? Warte mal. Ich guck gerade mal. Also du brauchst ein Crate, da brauchst du zwei wooden Flames und drei wooden Cross. Eine Chess baust du aus einer Crate und drei wooden Cross. Wie geil ihr auch direkt beim Craften seid. Die steigen jetzt hier aus auf dem Berg. Direkt auf dem Berg. Links vom Tower. Okay? Oh, Jake. Das interessiert doch keinen Menschen. Nein, craftet doch erstmal ein paar Crate. Ich wollte... Ich wollte halt was craften, wo ich mal ganzen Shit reintun kann, damit ich nicht gleich schon wieder alles verliere. Ja. Oh. 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 Bin ich. Wo sind meine ganzen Locks? Ach da. Nähe von der Funktour meinst du? Ja, die fahren aber am Strand wieder weiter. Leute, wir müssen jetzt... Also in eure Richtung wieder zurück. Wir brauchen dieses Auto. Ich hör's. Ich hör's. Ich hör's. Ich hör's. Ich hör's. Ich hör's. Hä? Hast du Licht angemacht? Mach mein Generator aus. Ich fahr's vor euch nicht. Haltet auf den Fahrer. Einfach drauf halten. Auf SOS. Aber ich finde das auch gut. Kokain. Ich finde das gut. Die sollen mal herkommen. Komm, genau jetzt. Das ist ein Brauchzeichen. Jetzt hat er auch noch Feuer gemacht. Dann kann ich mein Speck hier braten. Geil. Erspannt euch. Genau. Halalala. Ja, von rechts noch ein Auto. Geil. Guckt Venision. Okay, also ich bin bereit. Ich auch. So, mal komm hier. Von rechts ist ein grünes Auto. Ich seh's nicht. Ja, auch jetzt. Zwei Leute drin. Ausgestiegen. Autos von links. Lol. Auto brennt. Oh, ich brauche einen Scope. Ich brauche einen Scope. Ich hab einen. Echt? Das Auto ist explodiert. Hört ihr die anderen beiden Autos? Ich lauf jetzt da hin. Nee, 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 nee. Da ist noch einer. Da rennt noch einer rum, Fischcup. Achtung. Ja, ist doch gut. Ich seh nix. Hat jemand bei Nokia das? Könnt ihr hierher gucken? Von euch aus. Ja. Ja, der liegt da. Der liegt links. Kokain schießt in die Richtung, genau. Ich seh ihn nicht. Der rennt wieder auf dich zu. Nee, nee, falsche Richtung. Schieß einfach jetzt nichts. Nee, ich dachte, das wäre die richtige Richtung. Ich seh ihn weg. Nee, der rennt doch schon wieder. Nee, ist weg. Der rennt rechts den Berg hoch. Der rennt rechts den Berg hoch, ist jetzt oben auf dem Berg, hat sich um... Nee, das ist Fisch. Ich glaub. Der andere war heller. Der andere ist der, wo der Name nicht drüber steht. Ich hab doch... Ich guck doch die... durch die Binakulas. Ach, Binakulas. Okay. Dann seh ich doch die Namen nicht. Dann seh ich doch die Namen nicht. Ja, hinten am Strand. Ich seh hier keinen. Aber es ist doch so dunkel. Ja. Hier liegt ein... Der ist hinter Richtung Farben gerannt. Aber das sieht auch... Alter Loot. Das ist der, den wir vorhin geholt haben. Oh, ich bin ein bisschen aufgeregt, ne? Wieso tust du denn? Ah, ja. Hier ist ne Leiche. Oh, guck. Oh, guck. Erschränkt mich doch nicht so. Oh, ein Kott. Sehr gut. Andere Auto liegt im Wasser. Fahren die auch manchmal einfach so. Swift. Shells. Bullets. Oh, ich hab noch mehr Korn. Sehr gut. Und die hatten... Ah, yes. Die hatten Sandsäcke dabei. Und ich hab ein kleines Geschenk für dich mit Jas. Was denn? Nix. Ah, danke. Freut mich, dass ich... Shit, wo ist der andere hin? Der ist entkommen, ne? Mhm. Ähm. Ja. Sag es. Da läuft einer auf die... Nein, da läuft einer! Oh mein Gott! Genau bei der... Wo? Bei der Farm. Genau bei der Einfahrt. Sag ich doch. Oder gegenüber die Farm. Schwarzer Anzug. Nee, nee. Ja, ich seh ihn. Seh ihn, ja. Dann schieß. Ich hab ihn getroffen. Ich hab ihn getroffen. Ich hab ne Pistole. Ich weiß nicht, ob er tot ist, aber ich hab ihn getroffen. Reputation minus eins. Dann hast du ihn getroffen. Äh, beziehungsweise getötet. Jo, hier liegt er. Oh! Mann, nackig. Was ist das denn alles? Oh mein Gott! Es ist der Motherlone von Suppen! Und Mad Kids! Hahaha! 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 Oh mein Gott! Wir werden nie wieder hungern, Leute! Hahaha! Crossbow! Der hat alles dabei gehabt. Ja. Jetzt nicht loslassen. Die kommen bestimmt noch ein paar. Aber... Ja, aber... Okay. Wir lassen das erstmal liegen hier. So, ich guck mal. Was bringt denn so ne Suppe? Die bringen richtig viel. Die bringt so richtig... Und das mach ich ernst. Ich bin bei 76 und 78 und 88. Ja. Ja, du gammelst hier. Dann kriegst du jetzt. Dann kriegst du jetzt richtig. Warte, warte. Guck mal hier. Blau. Blau eine. Man kann nur 6 decken. Halt euch. Und da liegen noch welche. Ähm... Oh! Was? Wer ist das? Kokain hat ihn einfach geschossen. Hahaha! Alter! Dude! What are you doing here? Are you crazy? Hahaha! Oh mein Gott! Hast aber gut reagiert, mein Freund. Ich kann die Waffe nicht nehmen, weil ich zu viel Zeug. Jetzt sind die aus den Autos dahinten. Wir sind 2 Canteans, ne? Wer noch keine hat. Ja. Nehm ich gerne. Ich muss erst mal das Fleisch essen, was ich noch in der Tasche hab. Oh, das Fleisch hält ja mal richtig gut. Hätte ich mal früher... Ich hab auch noch Fleisch dabei. Und ich hab Mad Kids. Also wir haben jetzt den Shit dabei, Leute. Ich will diese Waffe haben. Eine Blowtorch. Eine Blowtorch. Nehme ich noch grad wieder. Alice Pack, yes! Ey, bräuchte noch mehr von Cantinesiegel? Hier sind auch schöne Waffen. Crossbow mit Hunderten von Pfeilen. Wow! 44. Ähm, ganz kurze Frage. Ich kann gar nicht mehr tragen. Shit. Was für Munition brauch ich für die... Maple Strike? Äh, du brauchst dafür NATO-Magazine. Die mach ich wie? Äh, ich weiß nicht, ob die NATO nur heiße ich oder... Warte mal, war das Swift? Ich bin ein bisschen verwirrt. Äh, ja, also ich wusste das mal. Guck mal, er hat übrigens Friendly geschrieben. Tja. Da... Ups. Sind wir ja auch. Wo ist eigentlich meine... Wo ist eigentlich meine... Das ist äh, Personal Space. Hahaha. Wo ist denn der Kantin noch? Ach da. Kann ich nämlich gerade mal... Ähm... Guck mal, Polizeiauto. Cocaine. Mhm. Ich hätte eine Bitte, weil ich mir das jetzt absolut nicht merken kann, wie man diese Holzkisten baut. Da hinten in der Ecke, hier in der Farm, da ist ganz viel Holz. Wenn du hier vielleicht ein paar von den Dingern bauen könntest... Das reicht nicht. Nee, das reicht nicht. Mhm. Wie? Ich hole dann auch gerne mehr. Ich brauch viel, viel mehr. Äh, Auto? Ich. Oh, Jake. Ich hatte gesagt, ich hole ein Polizeiauto. Ich baue jetzt hier mein Bettchen rein, unter die Treppe. Aber dann war das einer von denen, die uns auf jeden Fall, äh, ne? Was denn? Naja, das Polizeiauto haben die ja geklaut von denen. Also das ist einer von denen. Ich hab hier... Du hast ein Bett hier runter gebaut. Ich will auch ein Bett. Wie hast du ein Bett gebaut? Das hab ich gefunden. Toll. Ich... Ach, das ist gar keine... Warte mal. Ist ein See dahin? Kann ich da trinken? Wenn ich eine Kantine... Hier ist ein... Hier ist ein Brunnen. Damit kannst du deine Kantinen austrinken und wieder befüllen. Leute? Genau da. Da kommt welche! Mindestens einer! Speedhack? Oh ja. Das ist ein Speedhack. Sag ich mal, du bist doch die Füße. Shit! Da! Meine Fresse. Sehr schön. Was ein Penner! Jetzt haben wir richtig schön viel Munition verbraucht. Übrigens, äh, Kokain, der Typ, den du getötet hast, ne? Der hat ein richtig krasses Sniper dabei gehabt. Die hab ich mal aufgehoben. Äh, die hat auch mal richtig schön 28-fach Scope sozusagen. So, warte mal. Gefühlt. Ich guck hier immer die ganze Zeit. Hier liegt eine Kantine rum, wenn jemand eine braucht. Boah, wie umständlich ist denn das? Wo sind denn die anderen Magazine, frage ich mich, die ich hier angezeigt kriege? Bin ich blind oder was? Da liegt so viel Zeug rum. Sag mal, ich krieg... Moment. Ja, was ist denn? Ich hab zwei Magazine laut dem Inventar. Nämlich eine mit drei Schuss, eine mit einem Schuss. Wo ist denn die mit drei Schuss, frage ich mich? Wird die mir nicht angezeigt, wenn ich sie in der Waffe habe? Äh, richtig. Ja. Die wird ja noch nicht angezeigt. Aha. Oh, ein Crispo. Und ziemlich viele Pfeile. Äh, äh... Drop. Ähm, lieber Jack. Ja? Hast du Hunger oder Dorst oder bist du fast tot? Ich hab grad aus dem Brunnen getrunken und hab 40% Hunger. Wenn das so... Ja, dann nimm dir doch eine Suppe. Die Suppen sind richtig geil. So, ich hab hier ein Geschenk für dich. Ich mein, ja, ist wie gesagt, ne? Hier. Also ich brauch wirklich viel, viel mehr Holz. Ja, ich hol gleich Holz. Redberries. Wenn jetzt mal jemand mit mir mitkommen könnte... Hat Jack eigentlich schon Redberries gekostet? Nee. Willste? Weiß ich nicht. Ich kenn's ja auch wohl nicht. Oh, weiß. Äh, Cocaine? Wo bist du? Du wolltest noch hier Munition haben. Equip. Guck mal. Ich hab jetzt... Warte. Hier. Ach, die Redberries mahnt noch gar nix, Fischi. Nicht? Nein, die hätte ich... Jetzt hab ich sie einfach so gegessen. Das war Quatsch. Die Red... Das sind die Blueberries. Und die Lilla Berries. Ah, ich dachte... Die Erntelpack größer als, äh... Drillpack? Leute, wir können hier... Wir können hier hart ernten. Oh! Fragezeichen? Was denn? Coyote Pack größer als Travel Pack? Ähm... Der größte ist das Alice Pack. Ja, aber ich glaube, das Coyote ist größer als das Travel. Ja, ich bin mir sogar ziemlich sicher, Digga. Ah, Shells. Warum hab ich denn Shells aufgenommen? Drop. Okay. Wir brauchen unbedingt Munition. Jo. Also, wer auch immer den Crossbow genommen hat, sollte die ganzen Pfeile noch mitnehmen, Leute. Ja. Oh ja, du hast recht. Okay, du weißt wer. Ja, ne, die Pfeile, ich hab da ja keinen Platz mehr. Bin schon wieder bei... Hier sind noch ganz viel Shotgun-Shells, wer noch will. Äh, ich Harveste mal hier... Ich nehm dir gleich die Shotgun-Dinger. Ich Harveste mal und dann pflanze ich wieder, ne? Weil wir haben ja jetzt Suppen gehabt, richtig? Jo. Und Kokain danach hol ich Holz. Und das wär geil, wenn da jemand mitkommen könnte, weil ich sonst wahrscheinlich gekillt werde. Was brauch ich jetzt alles, um NATO-Magazine herzustellen? Wir wissen's nicht wirklich. Ich... Warte mal. Wahrscheinlich ein NATO-Magazin und die Bullets, ne? Ein leeres NATO-Magazin. Das kannst du haben, ja. Ja, und ich glaube halt Military, ne? Schüsse? Schüsse von rechts... Richtung See. Was ist denn rechts eigentlich? Ach ja, Entschuldigung. Von mir aus rechts Richtung See? Ja, ich seh'n. Du siehst ihn sogar. Warte mal, ich hab' doch die Timberwolf, aber die hat wahrscheinlich keine Munition. Richtung andere Farm oder was? Fuck. Was war denn das? Voll nah dran! Minja, wohin schießt du? Ne, das ist Kokain, der schießt oberhalb. Ach so. In welche Richtung schießt du? Doch, du schießt richtig. Ja, ich hab' aber keine Munition mehr. Pass. Ich hab' die Timberwolf. Timberwolf, Timberwolf. Ach see? Das ist genau auf der anderen Seite. Ne, ne, ne. Auf der anderen Seite vom ganzen See? Ja. Ich seh' ihn. Keine Munition! Warte nach, warte nach! Ich hab' keine Schusswaffe mehr. Ich hab' auch keine Munition. Da hinten, rennt er. Ich hab' ne Idee, ich hab' ne Idee, ich hab' ne Idee. Ich muss Timberwolf nehmen. Da das Ding abnehmen. 20-fach Zoom! Wir brauchen... What the fuck? Kriegt die aufm... Kriegt die aufm... Zeig' mal deinen 20-fach Zoom. Warte mal, ich muss ihn holen. Ach, das ist Jack? Ja, hallo. Ich bin Jack, ja, äh... Ich mein' Jack, ja. Ja, ich bin Jack. Ich bin's, der Jack. Ja, toll. Also, ich seh', dass ich hier keinen seh'. Auf der anderen Seite... Doch, der ist genau auf der anderen Seite. Ja, ja, der ist aber nach oben gelatscht. Ja, aber ich seh' ihn halt von hier aus nicht. Das ist das Problem. Ja, der kann hinterm Berg sein schon. Ich seh' ihn. Du siehst ihn? Ich seh' ihn, ja. Dann komm' ich jetzt zu dir. Und hier siehst du den wunderbar. Wo, wo, wo? Aber jetzt gleich nicht mehr. Genau in die Richtung, wo ich guck'. Wo hieß' den weißen Baum? Weißen Baum. Weißen Baum? Nicht. Was ist denn da? Ich seh' ihn nicht. Rechts. Ja, ja, da läuft er. Linke Seite, wo der Hygel hochgeht. Zwei braune Bäume, in der Mitte ein heller Baum. Dahinter ist er. Jetzt ist er da. Achtung, dahinter ist er. Er kniet. Er kniet. Ist direkt am weißen Baum oder an dem hellen Baum. Wieso sehe ich ihn nicht? Da gib mir die Waffe, gib mir die Waffe. Waffe. Er schießt da. Du bist völlig falsch. Er schießt auf Fischkopf. Gib mir die Waffe, gib mir die Waffe. Warte, jetzt. Okay, ich seh' ihn nicht. Ich geb' ihn. Ah, shit! Okay, Leute! Gib mir die Waffe. Ja, hier, hier, hier. Warte, warte. Stop, hier. Ist es die richtige? Nein, es ist nicht die richtige. Warte, ich muss mich erstmal ganz kurz in Deckung und dann kannst du die Waffe haben und dann kannst du ihn holen. Fuck, ich glute. Shit. Okay, Gelenk. Doch, es war die richtige Waffe. Nee, nee. Geh jetzt los. Super, noch drei Prozent. Oh, hier ist er ja nicht weiter. Ist ja bitter. Oh, du blutest noch mehr, richtig? Okay, du blutest. Naja, ich weiß. Ich hab' nichts zum Verbinden. Klaus, wir müssen... Zerreiß deine Klabotten! Ja, mach' ich. Moment. Boah, Jack, ey. Was denn? Ich wüsste so gerne, wo der Penner ist. Ich hab' den nicht gesehen. Hab' ich. Willst du Bandagen? Das Bandagen? Ich hab' extra meine Hosen ausgezogen. Passt. Ich hab' doch schon alles erledigt. Ist er tot? Naja. Informationsfluss. Ich treff' den mit der Waffe. Kann das sein, dass der außerhalb von einem Bereich ist, wo die Waffen nicht mehr zielen? Oder keinen Schaden machen? Ja, wahrscheinlich brauchen wir dann eine Timberwolf. Die hab' ich ja auch. Aber wir haben keine Munition dafür. Aber in der Position, wo er von ihm war, ist er auf jeden Fall nicht mehr. Nö, nö. Okay, dann lass uns mal nicht mehr die Maple Strike Munition verballern. Apropos Munition. Wir sind echt nicht mehr so gut bestellt, oder? Nö, nö, wir müssen nicht. Da rennt ein Nack da. Nein, was ist denn hier los? Den lass' ich aber mal in Ruhe. Schießt du? Ich war das, ja, ja. Ist echt schwierig auf die Entfernung zu treffen. Wir müssen gleich mal zum Militärlager noch mal gucken, ob wir noch Munition finden. Jo. Also Schottgart hab' ich. Und auch mit viel Munition. Aber das ist halt nur auf Nahkampf sinnvoll, ne? Ich wollt' noch Sachen anbauen. Soll ich das jetzt machen oder lieber lassen? Ähm... Willst du dir nicht die schwarzen Sachen anziehen? Ich hätt' gern ein paar Hosen. Aber die hab' ich grad zerrissen für eine Kokain. Da hätt'n liegt noch mal hier. Was? Kantine ist ja auch noch eine. Bisch hier, licht deine Waffe. Oh. Ja. Danke. Oh, das sieht gut aus. Ich muss da wieder mein Holovisier raufmachen. Das 20-fach kommt auf die Timberwolf. Durch den, durch den, ähm, Generator hör' ich nicht, wenn Autos kommen. Ja, jetzt können wir ihn ja aufmachen, ne? Hab' ich. Äh, sowas... Ich hab' nur noch... Ja, also ich hab' nicht mehr viel Schuss. Zwei Schuss noch. Meine Pistole. Sind die überhaupt noch online? Warte mal. Oh ja, vielleicht sind sie jetzt sauer, ne? Vier Stück. Ah, jetzt wissen wir, wofür man Lapua-Magazine braucht. Für die Timberwolf. Ah. Hat jemand den geerntet? Äh, ich. Aha. Deswegen die Frage, ob ich jetzt anbauen soll, oder wir lieber das lassen, weißt du? Falls sie... Und so. Ne, wenn wir einen Ausflug machen, würde ich es hier lassen. Okay. Äh, dann muss ich nur ganz kurz hier nochmal die Seeds hier craften. Okay. Ähm. Ja. Hab' man mich grad verstanden? Ne. Ich dachte, wenn wir einen Ausflug machen, sollte man es lassen. Ich dachte, hier lassen. Okay. Okay, pass mal auf. Der neue Trick ist, ich hab' jetzt hier ziemlich viel hingebaut. Habe immer noch... Vier... Vierzehn... Zweiundzwanzig. Ja, pflanzt an, komm. Echt? Ja, ja. Geil. Ich pflanze so gerne an. Ich glaub' ich werd Farmer. Farmer? Farmer? Fifth, little, 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 little. Foundations vier Stück. Wir müssen uns hier ein fettes Hausin bauen und haben so Respekt. Ne, könnten wir nicht irgendwie die Hütte verbarrikadieren? Ja, das-da, das Thema hatten wir schon mal. Das Problem ist, äh, verbarrikadieren kannst du nur mit wooden shields und sowas. Ach so, das bringt ja nichts, kommen wir selber nicht rein. Aber Türrahmen und so was kannst du ja nur auf Foundations setzen. Ja, ne Foundation kann man aber auch nicht, ins Haus kann man das auch nicht setzen. Deswegen brauchst du ein eigenes Haus. Da müsste man so einen fetten Turm bauen, wo Treppen hoch. Gibt es schon Treppen? Ich glaube nicht. Also diese Rampen gibt es. Diese Rampen gibt es doch. Also diese Treppen, wie jetzt hier in der Scheune auch. Ja. Können wir uns ja einen Turm bauen, der ganz nach oben geht. Und dann mit Selbstschussanlage. Und jetzt sollten wir Munition suchen gehen. Okay. Und das machen wir auch. Aber erst in der nächsten Folge. Vielen Dank für's Zuschauen, Leute. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Und wir sehen uns dann übermorgen in der nächsten Folge an Turnt. Danke, Jungs. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Wiedersehen.